Wir sind in einer ganz spannenden Adventsserie drin, die heisst ganz schlicht Weihnachten. Und wir bewegen uns mit grossen Schritten auf die Weihnachten zu. Und heute im zweiten Teil dieser Adventsserie geht es um das Thema Vertrauen. Ich weiss auch nicht, was für dich der grösste Vertrauensbeweis an einer anderen Person gegenüber ist. Da könnte es verschiedene Sachen geben. Aber ich habe gemerkt, ein von den grössten und tiefsten Vertrauensbeweisen, den man an eine andere Person geben kann, ist, wenn uns die Person nicht nur etwas sagt, sondern sich auch an das hält, was sie uns gesagt hat. Wenn sie sich an ein Versprechen hält. Zum Beispiel eines der bekanntesten Versprechen ist, wenn man natürlich heiratet. Ja, ich will dir treu sein, guten und auch in schwierigen Zeiten. So wahr mir Gott helfe, verspreche ich dir das mit Gottes Hilfe. Das ist so ein Versprechen. Und dann gibt es noch viele andere auch. Ob ich einem Menschen wirklich Vertrauen kann, zeigt sich nicht in schönen, blumigen Worten. Sondern es zeigt sich daran, ob sich die Person an das hält, was du ihr versprochen hast. Oder was sie dir versprochen hat. Positiv könnte man sagen, wenn wir das erleben, dann stärkt das unser Vertrauen in die Person hinein. Und umgekehrt auch. Aber ich weiss ja nicht, wie es dir um mich geht. Wir alle sind Menschen. Und als Mensch erleben wir, dass wir uns gegenseitig manchmal auch verletzen. Wir erleben, dass unsere Bezüchungen angekratzt werden, manchmal verbeult werden. Weil sich andere Personen uns gegenüber nicht so verhalten, wie sie es eigentlich versprochen haben. Oder wir anderen Personen gegenüber. Und diese Erfahrung, bin ich überzeugt, hat jeder von uns schon im kleineren oder im grösseren Rahmen gemacht. Wir sind Menschen. Wir sind nicht vollkommen. Aber ich habe auch gemerkt, so wie uns ein positives Erlebnis kann stärken und Vertrauen kann stärken, so ist es auch mit negativen Erlebnissen. Wenn ich merke, dass andere Personen mir etwas versprochen haben und nicht einhalten, dann prägt mich das. Nicht nur in dieser Beziehung, sondern auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dasselbe auch, wenn von mir aus so etwas passieren würde, das macht uns zweimal skeptisch. Das macht uns zurückhaltend, wenn wir sagen, kann ich dieser Person denn noch wirklich vertrauen? Und wenn wir jetzt noch eine Stufe tiefer gehen, dann merken wir, dass diese Frage sich oft auch gegenüber Gott stellt. Kann ich dem Gott wirklich vertrauen, den wir hier jeden Sonntag singen, den ich in der Bibel lese? Jetzt bete ich doch schon so lange, dass er eingrifft und er sagt, er macht es. Aber ich habe es bis heute nicht erlebt. Und das kratzt an unserem Vertrauen, dem Gott gegenüber. Ich bin überzeugt, jeder von uns hat schon die eine oder andere Erfahrung in diesem Bereich gemacht. Und diese Frage, kann ich Gott vertrauen, der gehen wir heute auf den Grund. Die Frage, haltet er wirklich, was er verspricht, was er uns in der Bibel sagt? Oder sind das einfach bloße, fromme Floskeln? Wie wissen wir, dass wir Gott vertrauen können? Das schauen wir uns anhand des Stammbaums von Jesus an. Was uns im Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, aufgeschrieben ist. Und das erste Evangelium im Neuen Testament ist das Matthäus-Evangelium. Und der Matthäus fängt so an, wie kein Krimiautor sein Krimi anfangen würde. Nämlich mit einem Stammbaum. Aber anhand des Stammbaums, da liegt so viel Wahrheit drin. Da liegt so viel, so viel drin, wo wir von Gott lernen können, was Vertrauen geht. Darum lohnt es sich, dass wir das miteinander anschauen. Und darum möchte ich mit euch heute jetzt einen Weg gehen und drei einfache Gedanken und einfache Wahrheiten mit euch teilen, wenn es um das Thema Vertrauen geht. Ihr habt das auch auf euren Zedeln auf dem Stuhl. Und für ihr, die zu Hause sind, beim Livestream, unten dran, habt ihr einen Link. Den könnt ihr Predigtnotizen abladen. Der erste Gedanke ist, wir können Gott vertrauen, weil er hält, was er verspricht. Das ist eine schlichte Wahrheit, aber eine tiefste Wahrheit, eine unglaublich wichtige, bahnbrechende Wahrheit. Und die Wahrheit, die bringt die Bibel zum Beispiel in einem Psalm zum Ausdruck, Psalm 33, 4, wo es heisst, denn das Herrenwort ist wahrhaftig. Wahrhaftig ist nichts anderes als Wahrheit. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Was Gott zusagt, an das hält er sich. Und die Wahrheit, die zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Auch beim Stammbaum von Jesus können wir genau die Wahrheit lesen. Und ich möchte einfach die ersten zwei Vers vom Stammbaum von Jesus lesen. Matthäus 1, Vers 1-2. Da heisst es, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Und dann heisst es, Abraham war der Vater Isaacs, Isaac der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seine Brüder. Und so weiter. Mega spektakulär, gell? Der Punkt aber ist, das zeigt uns ganz viel, schon die ersten Verse, dass wir Gott vertrauen können. Und wie zeigt es uns das? Anhand von Abraham. Da wird der Abraham erwähnt, dass Christus, der, der auf die Welt gekommen ist, ein Nachfolge von Abraham gewesen ist. Ein Nachkommen von Abraham. Wer ist denn der Abraham gewesen? Das möchte ich euch jetzt mit einer kleinen Zeitreise, möchte ich euch jetzt einladen, zurück zu reisen ins Jahr 2166 vor Christus. Da war ein Mann, er war schon ziemlich alt gewesen und der Mann, der hat Abraham geheissen. Gott hat eines Tages an Abraham ein Versprechen gegeben, das er sich nie hätte vorstellen können können. Nämlich, Abraham, du wirst der Vater von einem grossen Volk werden. Vielleicht ist es uns gar nichts Spektakulärs. Aber wenn wir wissen oder wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns Folgendes gezeigt. Zu diesem Zeitpunkt hatten Abraham und seine Frau kein Kind. Die sind kinderlos geblieben. Und das Zweite, sie sind beide schon, man würde heute sagen, steinalt gewesen. Schon über 80, ja schon 90. Und Gott gibt dem Abraham genau das Versprechen und er sagt dann folgendes zu ihm. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land von dem Strom Ägyptens an bis an den Strom, den Euphrat. Also Gott verspricht dem Abraham, du wirst der Vater von einem grossen Volk werden und das Volk wird ein neues Land einnehmen, das ich für euch vorbereitet habe. Gott hat sein Versprechen gehalten und hat auf ganz wundersame Art und Weise, das könnt ihr im ersten Buch Mose mal daheim lesen, hat er Abraham und seiner Frau, Sarah, in diesem hohen Alter noch einen Sohn geschenkt. Nämlich Isaac. Und der Isaac, der ist hangewachsen, der ist eben im Jahr 21, 41 vor Christus gewesen. Der Sohn Isaac ist hangewachsen und Gott hat dem Isaac das Versprechen, das er dem Abraham gegeben hat, bestätigt und hat zu ihm gesagt, Isaac, ich halte den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich mache deine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und gebe ihnen alle diese Länder. Gott hat sein Versprechen bestätigt. Und dann hat Isaac einen Sohn bekommen und seine Frau nämlich, also Isaac hatte mehr als eine Frau, sagt uns die Bibel, und ein Sohn war der Jakob. Und auch Jakob hat Gott das Versprechen, das er dem Grossvater Abraham gegeben hat, bestätigt. Dort heisst es, dass er auch ihm gesagt hat, der Abraham, schau Abraham, oder schau Isaac, ich habe Abraham so ein Versprechen gegeben, du sollst auch ein Teil sein, ein Puzzle, damit das Versprechen in Erfüllung gehen kann. Und das Volk Israel, das von Abraham aus gekommen ist, das ist immer grösser und grösser und grösser und grösser geworden und hat in Ägypten gelebt. Und eines Tages ist ein neuer Herrscher in Ägypten an die Macht gekommen, sagt dem Pharao. Und dann hat das Volk Israel angefangen zu unterdrücken. Warum? Weil er Angst hatte, dass er seine Macht verliert. Und er hat es auf ganz schlimme Art und Weise unterdrückt. Und die Unterdrückung ist über 400 Jahre lang gegangen, als das Volk Israel in der Gefangenschaft war. Und das Volk hat gestöhnt und hat gesagt, hey Gott, gibt es dich überhaupt? In der Bibel heisst es, was du einhaltest oder was du versprichst, das haltest du auch. Und du hast unseren Vorfahren so etwas versprochen, aber wo bist denn du jetzt? Ist das nur ein Frommi Floskel gewesen, Gott? Und dann heisst es, Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Und Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie. Und wie hat Gott das gemacht? Er hat einen Mann geschickt, einen Leiter geschickt, nämlich den Mose. Und durch den Mose hat Gott das Volk Israel auf wunderbare Art und Weise aus dieser elenden, menschenverachtenden Gefangenschaft von Ägypten heraus befreit. Und das war etwa im Jahr 1446 vor Christus. wo sie herausgeführt worden sind. Und 40 Tage nachdem, dass sie aus dieser Gefangenschaft herausgekommen sind, sind sie am Berg Sinai gekommen. Und dort hat Gott ihnen Gebote gegeben, wo ihnen helfen kann, Beziehung zu Gott zu leben, Beziehung untereinander zu leben. Und diese Gebote waren für sie auch Leitlinien, für das versprochene Land von Abraham. Und dann ist es so gewesen, dass 1406, also rund 40 Jahre später, ist das passiert, was Gott dem Abraham versprochen hat. Sein Volk Israel ist in das versprochene Land geführt worden, in das Land der Freiheit, in das Land, wo Milch und Honig fliesst. Was lernen wir von dem, was Gott verspricht? Das halte er auch. Jetzt schreibt aber Matthäus, dass genau der Abraham ein Vorfahren war von Jesus Christus. Und das führt uns jetzt genau in eine tiefere Ebene hinein. Oft sind Sachen, die im Alten Testament eine Geschichte sind, wird im Neuen Testament auch in geistlichen Bildern ausgedrückt, wenn ich das mal so sagen kann. Gott hat dem Abraham ein Versprechen gegeben und hat sich durch alle Höhen und Tiefen, das waren ja ein paar Jahre, Hunderte gewesen, wo das gelaufen ist, hat er sich an sein Versprechen gehalten. Und die tiefere Ebene ist, dass das Volk Israel, das in der Gefangenschaft von Ägypten war, das symbolisiert auch den Zustand von uns Menschen. Den Zustand von unserer Trennung von Gott. Nämlich viele, viele Jahre vorher, ist im Garten Eden der schlimmste Vertrauensbruch passiert, den die ganze Menschheit erlebt hat. Die ersten Menschen, Adam und Eva, haben sich von Gott abgewendet. Sie wollten so sein wie Gott und sie sagten, Gott, wir brauchen dich nicht mehr. Und von diesem Moment an ist etwas passiert. Von diesem Moment an ist Tod, ist Zerbruch, ist Angst, ist in die Welt gekommen, die ganze Schöpfung ist durcheinander gekommen. Wegen diesem erleben wir auch immer wieder Naturkatastrophen. Das sind Auswirkungen von dem Zerbruch, was dort im Garten Eden passiert ist. Aber spannend ist, unmittelbar nach dem Ereignis hat Gott ein Versprechen abgegeben. Ein Versprechen abgegeben, dass er den Zustand der Menschheit, von dir und mir, nicht so sein lassen will. Und er sagt dort folgendes, und durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Das sagt er am Abraham und dort im Paradies sagt er, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeissen. Das ist das Versprechen, das Gott abgegeben hat, unmittelbar nach dem Sündefall. Was heisst das? Komisch, oder? Was heisst das mit Ferse biissen und Kopf zertreten? Gott hat nichts anderes als einen Retter angekündigt. Er hat gesagt, ich werde einen Retter schicken, den die ganze Menschheit aus dem schlimmen Zustand heraus befreien. Aus der Gefangenschaft von allem Bösen und der Teufel, der der Vater von allem Bösen ist, der wird vernichtet werden. Das ist damit gemeint, den Kopf zertreten. Also Gott hat unmittelbar nach dem Sündefall einen Rettungsplan angekündigt, ein Versprechen abgegeben. Und wie gesagt, der Retter, der soll Menschen ins Land von der Freiheit hineinführen. In Gemeinschaft hinein mit Gott, wo sie wieder eine innige Bezüge können haben. Und das Versprechen hat er abgegeben, was er dem Abraham gesagt hat, und durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Da sagt Gott auf geheimnisvolle Art und weiss, das wird Christus sein. Christus wird der Retter sein. Christus wird euch auf die Welt kommen und wird euch in die Gemeinschaft hineinführen mit dem lebendigen Gott. Was Gott zusagt, das hält er auch. Und das dürfen wir auch festhalten, auch an dem heutigen Morgen. Und das zeigt uns die ganze Linie da durch. Wenn Gott sagt, ich bin jeden Tag bei dir, dann halte er, was er verspricht. Wenn Gott sagt, ruf mich an in der Not und ich werde dich retten, dann halte er sich an das, was er verspricht. Wenn Gott sagt, nur wer von Neuem geboren wird, wird ein Teil von ihm reich werden, dann halte er sich an das, was er verspricht. Oder wenn Gott sagt, ich vergibe dir all deine Sünden, er halte sich an das, was er verspricht. Oder wenn er sagt, ich komme wieder, er halte sich an das, was er verspricht. Was Gott zusagt, das halte er ganz bestimmt. Ob wir es glauben oder nicht. Ob wir es fühlen oder nicht. Gott halte sich an das, was er verspricht. Warum? Weil es er gesagt hat. Das ist ganz wichtig, weil oft haben wir das Gefühl, es stimmt nicht mehr, wenn ich es nicht fühle. Es stimmt nicht, wenn ich es nicht erlebe. Aber das ist trügerisch. Nein, was Gott zusagt, das halte er ganz bestimmt. Und das soll uns auch da durch die ganze Zeitlinie, durch die ganze Zeitraffer auch wieder neu vor Augen geführt werden. Aber schauen, genau von diesem Versprechen, vom Sündenfall bis hin zu der Geburt und zur Kreuzung und der Verstehung von Christus, sind ein paar Jahre ins Land gegangen. ganz viele Jahre sogar. Und es hat eine jahrhundertlange Wartezeit angefangen. Und das bringt uns noch zum zweiten Gedanken. Wir können Gott vertrauen, weil er trotz Wartezeit das macht, was er verspricht. Etwas, was ich nicht gerne mache, ist warten. Wahrscheinlich du auch nicht. Wir warten nicht gerne an der Kasse. Auch nicht, wenn man ein Kind hat, das langsam Geduld verliert. Wir warten nicht gerne auf das Päckchen, das wir im Internet bestellt haben. Warten wir nicht gerne. Wir warten auch nicht gerne in der Telefon-Hotline. Ja, zurzeit sind alle Mitarbeiter besetzt und das geht dann in eine Viertelstunde. Also ich warte nicht gerne. Dann hänge ich wieder auf und denke, das kann es nicht sein. Wir warten nicht gerne auf den Bus, nicht auf den Zug. Wir warten nicht gerne. Aber Wartezeiten, auch wenn wir es nicht gerne haben, ist ein Teil von unserem Leben. Wir warten auch nicht gerne bei Mars im Wartezimmer. Und manchmal sind wir Menschen in einem Wartezimmer. Wir warten nicht gerne. Ich habe letzte Woche auch nicht gerne gewartet, weil Wartezeiten die wecken in uns Zweifel. Wir haben nämlich einen Fenstermonteur auf der Abend am 5 Uhr und er ist am 5 Uhr nicht da gestanden. Dann wird der Schweizer schon kribbelig. Am 10 Uhr ist das kribbelig noch grösser geworden und am 4 Uhr hat das Herzrasen angefangen und du denkst, hey Moment, da stimmt doch etwas nicht. Haben wir uns nicht richtig verstanden? Habe ich den Termin falsch eingetragen oder hat er uns vergessen? Das ist mir voll durch den Kopf gegangen und das ist das, was die Wartezeit in unserem Leben oft, oft Führer rüft. Zweifel und Misstrauen. Und genau so Wartezeiten sind auch sehr unangenehm im Leben mit Gott. Und jetzt schauen wir in ein Zweigespräch hinein, wo ein Mensch mit Gott hat, der genau in so einer Wartezeit hinein gesessen ist. Wie lange noch? Ich fühle mich wie in einem Loch. Ich vertraue dir doch. Doch immer wieder frage ich mich, wie lange noch? Du gibst mir Verheißungen und sagst, es kommt alles gut. Doch warum fehlt mir in letzter Zeit immer öfter der Mut? Wann wurde aus dem loternden Feuer für dich diese winzig kleine Glut? Schließlich weiß ich doch, dass du am Kreuz nicht weniger für mich gabst als dein eigenes Blut. Aber die Geduld weicht immer mehr der Wut. Ja, ich bin wütend, weil ich nicht mehr warten kann. Dieses Gefühl, wenn jemand einem auf die Folter spannt. Sag mir, Vater, habe ich etwas nicht erkannt? Gibt es einen Grund für diese sich endlos anfühlende Zeit hier auf der Folterbank? Ich merke nämlich, langsam werde ich krank. Krank vor Sorge, wenn das Warten hier umsonst ist. Was ist, wenn du mich hier unten vergisst? Wenn es dich gar nicht so interessiert, du nicht immer bei mir bist. Ich bin doch Christ und sollte solche Gedanken nicht haben. Aber weißt du, wie sich das anfühlt, dieses endlose Warten? Es hinterlässt Spuren. Ja, es fühlt sich an wie Narben. Alles verliert an Wert. Es verblassen sogar die Farben. Und immer wieder diese Hoffnung. Hat es heute ein Ende, mein Warten? Nur um wieder zu merken, nein, hat es nicht. Denn ich warte bis heute. Vorbei sind die Tage, in denen ich keine Konfrontation scheute. Stets ging ich voller Vertrauen raus und verteidte deinen Namen vor allen Leuten. Doch heute merke ich, dass ich unter der Last immer öfter seufze. Ich seufze, weil mich dieses Warten auffrisst, Stück für Stück, bis nichts mehr von mir übrig ist. Und wieder frage ich mich, ob du bei mir bist. Genau jetzt, in diesem Moment, wo diese Zeilen entstehen, oder ob du mich vergisst. Was wäre wohl deine Antwort, wenn ich fragen würde, wo du bist? Wäre ich für deine Antwort überhaupt bereit? Oder ist genau das der Grund für deine gefühlte Abwesenheit? Schenke ich dem Warten einfach zu viel Aufmerksamkeit? Was ist dein Rat in dieser schier unüberwindlichen Zeit? Während ich mir diese Fragen stelle, merke ich, wie du leise flüsterst. Bist du sicher, dass es diese Sache ist, nach der es dich so dürstet? Oder ist es nicht so, dass es nach dieser Sache etwas Neues geben würde, auf das du warten würdest? Und einmal mehr muss ich dir zugestehen, ja, du hast recht. Alle deine Worte, Urteile und Zusagen waren immer treffend und gerecht. Irgendwie fühle ich mich jetzt schlecht. Doch ich weiß, dass es dafür keinen Grund gibt, denn du bist der Vater, der seinem Kind die Schuld vergibt. Du bist der Vater, der zuhört und mich stets umgibt. Du bist der Vater, der mich unvergleichbar liebt. Doch manchmal ist es einfach die Wut, die über mich siegt, wenn ich nicht mehr kann. Bitte, Vater, schenk mir neuen Mut, reich mir doch bitte deine Hand. Denn dieses Spiel aus Warten, Hoffen und Wiener enttäuscht zu werden, ist mir zu bekannt. An manchen Tagen denke ich wirklich, ich verliere den Verstand. Es gab Tage, an denen auch wirklich die letzte Hoffnung in mir schwamm. Doch dann trete ich ein paar Schritte zurück und benutze meinen Verstand. Sehe, was ich alles schon gemeinsam mit dir durchstand. Die einzige Konstante warst du wie ein Faustpfand. Fast schon grausam, dir Vorwürfe zu machen, wenn ich überlege, auf was ich alles schon gewartet habe, muss ich lachen. Auf den Zug, das Essen oder das heiße Wasser, um ihr Tee zu machen. Den perfekten Partner, wieder gesund zu sein, Glück zu haben und teure Sachen. Darauf, dass Menschen ihr Wort halten oder damit aufhören, mich auszulachen. Damit aufhören, Tatsachen zu verdrehen, nur um noch mehr Profit zu machen. Es gibt noch so viele Dinge, doch dabei möchte ich es belassen. Denn jeder von uns wartet auf unterschiedliche Sachen. Doch ich möchte endlich aufwachen. Also bitte, schenk mir Klarheit. Hinter dem ganzen Warten, wo steckt da die Wahrheit? Bin ich für den nächsten Schritt einfach noch nicht bereit? Ist es nicht viel wichtiger, dass du mich auf diesem Weg begleitest? Du bist nicht Genie aus der Wunderlampe, der das Leben aufheitert. Du bist der, der alles erschaffen hat, Sichtbares und Unsichtbares. Du bist der, der mit uns leidet. Aber auch der, der wieder Hoffnung in uns verbreitet. Du bist der Anfang und das Ende. König, Heiland und Leiter. Wie vermessen von mir zu denken, dass etwas aus deiner Hand jemals scheitert. Ich werde wohl nie Antworten auf alle Fragen erhalten. Und es wird auch nie vorübergehen, dieses mühsame und unangenehme Warten. Doch sollte es mich beruhigen, dass du über allem wachst. In deinen Händen hältst du alle Karten. Eines Tages, so hoffe ich, wird alles Sinn ergeben, dann, wenn ich wieder eintrete in deinen heiligen Garten. Ich bin überzeugt, die ein oder anderen haben sich in diesem Zweigespräch wiedergefunden, mit Gottes tiefsten Gedanken, die in unserem Herz sind. Was der Stammbaum von Christus uns zeigt, ist, dass Gott ein Versprechen gegeben hat, mit dem Abraham und dass der Jesus irgendwann mal auf die Welt kommen wird. Aber, ich möchte es noch einmal sagen, vom Zeitpunkt des Versprechen bis hin zu der Geburt von Jesus sind sage und schreibe 42 Generationen vorbeigegangen. 42 Generationen. Und die Frage, die sich an dieser Stelle uns stellt und uns auch in unser Herz reinbohrt, wie wir jetzt auch vorhin gerade gehört haben, ist, Gott, wieso lässt du dir so viel Zeit? Oft können wir keine Antwort auf die Frage geben, aber es gibt sicher eine klare Antwort. Er macht es nicht, weil er uns vergessen hätte. Weil was Gott sagt, an das hält er sich. Das zeigt uns das. Zwei mögliche Gründe für Wartezeit, das können noch mehr sein. Aber ich glaube, ein Grund, wieso Gott uns manchmal warten lässt, weil seine Zeit noch nicht gekommen ist. Es gibt das bekannte Beispiel, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Das Schlimmste, was damals konnte passieren an der Hochzeit damals, wo über eine Woche gegangen ist, der Wein ist ausgegangen. Dann ist Maria, die Mutter von Jesus, zu Jesus gegangen und gesagt, du musst jetzt eingreifen, jetzt! Das ist ja peinlich für den Brut, gegangen und verbraut. Eine super starte Idee. Hey Jesus, du musst uns jetzt richten. Und Jesus sagt einen Satz, das geht dich nicht an, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und erst, als seine Zeit gekommen ist, hat er eingreifen und hat Wasser in Wein verwandelt. Gott handelt oft erst später, weil er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und ein zweiter Grund, wieso Gott uns oft auch warten lässt, weil er die Wartezeiten dazu braucht, uns auf das fortzubereiten, was er tun will. Im 1. Petrus 5, Vers 6 heisst es, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Und was mir hier hilft, ist das Bild einer Frucht. Jetzt sind wir in der Winterzeit, aber im Frühling können die Töpfelbäume zum Beispiel wieder anfangen zu blühen. und dann ist es nicht gerade im ersten Moment, wo die Blüte kommt und der Öpfel ist am Baum, sondern es ist ein Wachstumsprozess. Je früher, dass du einen Öpfel in diesem Prozess pflückst und willst essen, ist er ungeniessbar. Aber wenn er du im Herbst erntest, dann, wenn er so voll im Saft ist, so voll rot ist, dann ist das Essen nur noch ein Genuss. Und mir hilft das Bild in Bezug auf das Thema, dass Gott Wartezeiten dazu braucht. Er ist dann nicht untätig, sondern er unser Herz auf das vorbereiten, was er dann tun wird. Meine Frage ist, in welchem Wartezimmer befindest du dich im Moment? Ganz persönlich? Vielleicht ist es jobmässig? In der Familie? In der Bezüchung? Was auch immer. Wie heisst deine Wartezeit im Moment? Wo stehst du zwischen Versprechen und Erfüllung? Wo? Wo hat Gott dir etwas aufgezeigt und es ist noch nicht in Erfüllung gegangen? Ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen, im Namen von Jesus Christus, bleib dran. Bleib dran, weil was Gott verspricht, das er auch. Bleib dran, weil Gott wird es zu seiner Zeit tun. Bleib dran, weil Gott uns auch in dieser Zeit vorbereitet. Und ich weiss nicht, aber manchmal hilft es mir und wahrscheinlich auch dir, Gott um ein Zeichen zu bitten, um einen Händedruck und sagen, Gott es erfüllt sich noch nicht, aber gib mir bitte einen Händedruck, damit ich weiss, du bist mit mir dran. Das dürfen wir ihm sagen. Und durch all diese Zeit gebraucht, immer wieder Propheten gebraucht, um dem Volk Israel einen Händedruck zu geben. Er gesagt, ich habe euch nicht vergessen, den Prophet Jesaja, den wir vorhin gehört haben, den wir miteinander Lieder gesungen haben, das Volk, das im Finstern lebt, seht ein helles Licht, ein Händedruck von Gott. Ich habe noch nicht vergessen, ich werde den Erlöser bringen. Wir brauchen so Händedrucks und darum dürfen wir Gott um so Händedrucks bitten und sagen, ich gehe fast drauf, ich zweifle immer mehr an dir. Schenke mir so Händedruck und vielleicht ist genau die Botschaft so Händedruck von Gott heute an dich und an mich. Lass uns nicht aufgeben, weil die Wahrheit gilt, was Gott immer wieder zusagen, was Gott verspricht, an das er sich. Und das bringt uns noch zum letzten Gedanken. Wir können Gott vertrauen, weil er zum richtigen Zeitpunkt das macht, was er verspricht. Er kennt den richtigen Zeitpunkt. Es heisst, als die Zeit herangekommen war, sammte Gott seinen Sohn. In einer anderen Übersetzung heisst es, als die Zeit sich erfüllte, also wo es dran war, dann hat Gott eingriffen. Gott hat seinen Zeitplan und er weiss auch, was dran ist. Und manchmal denken wir, Gott, du hast dir schon unglaublich viel Zeit. Also schnell arbeiten sieht anders aus. Aber das, was wir oft bei Gott als zu langsam empfinden, ist bei Gott genau richtig. Was bei uns manchmal zu langsam ist, ist bei Gott genau richtig. Und dann, wenn Gott eingrifft, wenn Gott redet tut, dann werden unsere Grenzen von unserer menschlichen Vorstellungskraft komplett gesprengt. Und das zeigt uns die Geburt von Christus. Als die Zeit erfüllt war, sante Gott seinen Sohn, der lebendige, allmächtige, Heilige, Gott kommt in der Person eines kleinen Kindes auf die Welt. Nicht in einem Palast, sondern in einer Krippe, dass die Zusage sich in einer Person, in einem Kind verwirklicht. Und Gott ging seinen Weg. Und Christus ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden und hat das möglich gemacht, dass der Mensch wieder in Gemeinschaft reinkommen kann. Keiner konnte sich so etwas vorstellen. Keiner. Aber Gott hat es gemacht. Er hat seine Zusage gehalten. Er ist 100% zu seinem Versprechen gestanden. Gott hält sich an das, was er verspricht. Und auch das können wir in der Bibel immer wieder lesen. Wenn Gott eingreift, dann federt es so ein, dass jeder richtig zum Stauen kommt. Der Lazarus, nur noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Ein Mann, der krank war, ein enger Freund von Jesus und die Schwestern schickt ihn zu Jesus und sagt, Jesus, du musst kommen, sonst wird unser Lazarus sterben. Und Jesus ist nicht gegangen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und in der Zwischenzeit ist der Lazarus gestorben. Und das war eine riesige Tragödie. Und als er gestorben ist, ging er und die Schwester und sagte, jetzt kommst du, jetzt ist es zu spät. Dein Terminplan, Jesus, hat mit unserem nicht übereingestimmt. Und Jesus hat gesagt, es ist genau richtig. Und er stand vor das Grabe und rief den Lazarus raus. Ein Mann, der schon vier Tage tot war, der schon gestunken hat, Verwässungsprozess eingesetzt hat, rief Christus wieder zum Leben raus. Warum hat sich Jesus so Zeit gelassen? Um zu zeigen, dass er Herr über Leben und Tod ist. Und dass wenn er stirbt, das ist unmittelbar vor seiner Kreuzigung und vor seinem Tod passiert, er mit dem zeigen, ich werde da wieder hoch und zu neuem Leben führen. Gott hat seinen Zeitplan und er weiss, wenn es richtig ist. Er konnte den Lazarus gesund machen und das wäre eine schöne Heilung gewesen, mehr nicht. Er hat den Lazarus von den Toten erwecken und hat allen Menschen das tiefste geistliche Wahrheit gezeigt, dass er der lebendige Gott Herr über Leben und Tod ist. Wir können Gott vertrauen, weil er zum richtigen Zeitpunkt das tut, was er verspricht. Ich möchte es in diesem Satz zusammenfassen und das hast du sicher auch schon gehört, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Wir dürfen Gott vertrauen, weil er hält, was er verspricht und das zeigt uns den Stammbaum von Jesus und die Zusage, die er an Abraham gegeben hat, die wir heute Morgen angeschaut haben. Und ich will es dir nochmals zusprechen, Gott hat dich nicht vergessen und Gott hat uns nicht vergessen. In Wirklichkeit ist er am Schaffen. In Wirklichkeit ist er dabei, alles so zu führen, dass sich seine Versprechen exakt und auf den Punkt, auf den Garpunkt erfüllen. Und wenn er das macht, wenn es eintrifft, dann werden wir alle staunen. Glaubst du das? Dann werden wir alle staunen. Ich möchte schliessen mit einem Vers aus dem Neuen Testament, Epheser 3, Vers 20, wo es folgendes heisst. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen.